Namaste Fahre so im eigenen Atemrhythmus im Wechsel fort. Atme immer abwechselnd durch ein Nasenloch, ein und wieder aus, bevor du das Nasenloch wieder verschließt und durch das andere ein- und ausatmest. Bleibe in deinem Atemrhythmus und in deinem Atemtempo. Und spüre dann nach, wie fühlt es sich an, durch beide Nasenlöcher wieder zu atmen. Namaste Fahre. 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 Fahre.